also wie war das jetzt noch mal was das gesagt in die meditation kannst auch die handschuhe ausrüsten also meditation okay genau ach 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 komm hör auf jetzt kann ich langsam ein deck basteln oder ach du scheiße dann wird noch mal spaß haben okay okay hier ist das deck oh gott ich muss erst zurecht finden nein lass es ich hatte die handschuhe eigentlich da das sind ja nicht die handschuhe die habe ich an okay egal wir kriegen das kind irgendwie geschaukelt der hat spaß mit dem gegner ich hoffe die sind nicht gleich wieder respawn dann kann ich gleich wieder ach ja wieder kämpfen gegen die gleichen ich muss mal ach so nach links setze ich diese heilung kommt okay Aua. Uh. Na dann komm her. Nice Kamera. Ach komm. Achso, wenn ich auf Üben gehe, kann ich mein Deck bearbeiten. Achso, okay, okay. Okay, gucken wir gleich mal. Okay, also wenn ich hier auf Meditation gehe. Ah, und hier kann ich mein Deck. Ah. Ich hoffe, ich schalte noch ein bisschen was frei hier, weil ich habe im Moment echt wenig. Das habe ich auch noch da und das habe ich auch noch da. Hm. Mhm. So ein Jab Punch habe ich hier. Nämlich ein Cross Punch. Einen Straight Punch. Okay. Irgendwas, damit ich oben links wieder ändere. Okay. Ja. Ich. Mhm. Dann lande ich hinten. Kann den geben, aber... Am liebsten würde ich dann auch hinten rechts landen. Nee, das ist ja... Hm. Ist das, was ich wollte? Hm. Ja. 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 Ah. Okay. Im zweiten Tab ausrüsten. Okay. Und also eins, zwei, zwei, eins, zwei. Ah. Okay. Und ich habe keinen Übergang. Okay. Okay. Von da nach... Da habe ich keinen Übergang. Das heißt, ich würde gerne nämlich auch ein bisschen Variationen haben. Was... Mit was muss ich enden? Ah. Okay. Gut. Ich muss mit oben links enden. Ähm. Was war denn das jetzt? Da. Oben links enden. Nee. Nee. Moment. Eins, zwei. Okay. 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 Ähm. So. Ich will ja nicht nach hinten. Ich will nach da. Genau. Der Ende... Ja, ja. Die enden beide oben links. Genau. Ich wollte jetzt nur nichts nehmen, was ich schon... Der endet oben links. Eins, zwei. Ich ende die ganze Zeit oben rechts. Ich möchte ja gerne da enden. Damit ich meine... Genau. Wobei... Eigentlich könnte ich das auch lassen. und das quasi dann als Übergang nutzen. Ich lasse es erstmal so. Okay. Ich denke, ich werde es erst mal so lassen. Ach, hier unten sind die Kriegshandschuhe. Äh. Äh. Okay, gut. Ich... Ich... Ähm. Es war unter Meditation. Achso, das sind... Nee. Das ist das Schwert. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen blöd, was das angeht. Ah, hier. Hier die Waffe. Achso. Okay. 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 Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Dankeschön, Pfeil. Aber für den Tipp nochmal. Ich habe gerade irgendwie... Alles missverstanden. Achso, du hast einen Übergang. Benutzte deinem ersten Jab einfach den alternativen Angriff. Ah, das meinst du. Ja, 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 ja. Klar, klar. Macht Sinn. Macht Sinn. Also... Moment. Komm her. Einfach eins. Äh. Warum blockt er gerade? Äh. Warum findet er gerade? So. Ja, und jetzt bin ich oben links. Stimmt. Besser. Ich merke mein Gamepad macht gerade Fuchsen. Sehr schön. Oh, nice Schildblock. Jetzt. Aber. Na? Jetzt aber. Nein. Oh, scheiße. Ich muss mich noch ein bisschen einüben. Ich merke es gerade. Boah, ist das übel. Oh, ist das übel. Oh, ist das übel. Ich muss mich mal ein bisschen besser hinsetzen gerade. Ich kriege gerade Rücken. Äh. Bei so einem Wetter kann man ja nur Rücken kriegen. Puh. Puh. Ähm. Ja, dann. Ach komm, lass es. Tschö. Tschö. Auf Wiedersehen. Tschö. Auf Wiedersehen. Nein. Nein. Nicht schon wieder da runter. Nein. Jetzt aber. Okay. Huh. Das ist gar nicht mehr so einfach. Okay. Okay. Der war nice. Der Angriff hat mir gerade gefallen. Ja, kannst du. Äh. Sobald du zwei Scherben hast. Okay. Genau. Das, äh. Das ist ja auch das mit dem Schwert. Glaube ich dann auch, ne? Mehr blocken, junger Schüler. Okay. Ich bemühe mit. Ach komm, hör doch auf. Oh. Ah, sehr cool. Oh. Sorry. Ah, jetzt wird es einfacher. Alles cool, man. Bleib cool. Ah. Okay. Ein. Netter Spieler. Jetzt muss ich nur mal was cooles auswählen. Oh. Gott. Erstmal. Erstmal kriegst du den von mir. Oh. Jetzt kriegst du den von mir. Oh. Sehr gut. Meine Güte. Ich muss erst mal klarkommen hier. Wow. Oh. Metallner Armschutz. Sehr cool. Oh. Oh ne. Net. Schon wieder. Ich block gerade. Ganz mies. Ah. Es kommt noch jemand zu Hilfe. Ähm. Jetzt. Uh. Ah. Uh. Uh. Uha. Ah. Okay. Jetzt ist die Frage, wo geht es weiter? Geht es hier weiter? Ah. Ich habe irgendwie gemerkt, sobald ich blocke, ich drücke zu leicht dann auf die nächste Angriffstaste, weswegen ich meinen Block verlasse und das tut mir gar nicht gut. Ich merke das gerade. Okay, viel Spaß verprügelt. Ich bin weiter. Boah. So, hier geht es weiter, ja. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt wieder umkehren. Okay. Komm bloß nicht runter, Freund. Ura Tierviertel. Ah, endlich. Alter. Zwischen denen kann ich mich auch teleporten. War das nicht so? Ihr müsst mir gerade helfen. Okay, Essenzen gibt es. Meditation. Okay. Ich verteile mal ein paar Punkte. Ich werde, glaube ich, andere. Vitalität, Kondition. Aber ich glaube jeweils, so werde ich die verteilen. Okay. Ich werde auf Gewandtheit nicht so viel setzen. Ausrüstung. Ich bin noch immer schnell, aber nicht zu schnell. Ah, ist eine Bauchbinde nur. Die nehme ich jetzt nicht. Bisschen Anstand will man ja haben. Ah, man kann sich nicht porten. Ach stimmt, jetzt erinnere ich mich. Man kann sich nicht porten. Soll er sich weiter kloppen, solange er sich mich jetzt nicht holt. Sehr schön. Oh. Aua. Ich muss leichte Jabs setzen gegen den. Und vielleicht nicht gleich so. Boah, ich will mich mal kurz heilen. Oh. Nein. Meine Ausdauer. Ähm. Oh. 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 Sorry. Sorry. Kooperieren. Was heißt denn kooperieren? Ähm. Gerade nicht. Ne, lass mal sein. Vielleicht teleportieren kann man, äh, nicht. Du kannst Leute auch im Altar haben. Okay. Äh. Was ist denn kooperieren? Das müsst ihr mir mal kurz erklären. Also, ich hab jetzt hier... Wie man merkt, noch nicht so viel die Ahnung. Aua, aua, aua. Dankeschön. Dankeschön. Äh, dankeschön, Kiro und Gamer. Wird alles runterhauen. Und sieht sich immer zweimal im Leben. Oder, Eden. Absorber. Sieht sich immer zweimal. Ach, komm, hör doch auf. Schon wieder. Ah, dann sieht man sich gegenseitig auf der Map. Okay. Achso, und über Soziales einladen. Achso. Ich musste gerade sehr überlegen. Aber ja, Soziales, ja. Gib den Reiter. Ciao. Wow. So. Aber ich will jetzt gerade nicht so ganz kooperieren. Ich möchte gerade das Spiel ein bisschen kennenlernen. Danach können wir gerne kooperieren. Ist ein seltsames Wort. Ist ja auch egal. Achso, den Lebensbalken auch noch. Okay. Yay. Ah, das sind... Warum sagt mir das keiner? Jetzt sagt bloß, ich habe nicht danach gefragt. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich sehe es schon. Komm. Komm her. Zieh dich. Ciao. War du auch noch? Nein. Ich bin zu langsam. Ich habe... Ich schaue zu selten auf meine Ausdauer gerade. Ah, hu. Nicht angriffspackt, aber wenn die Ehre egal ist, dann kann man sich gegenseitig umbringen. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay. Ich muss mich auch erstmal zurechtfinden, wie ich sehe. Ich muss irgendwie weiterkommen. Achso. Ne, lass sein. Gerade nicht. Ich habe Angst vor Freunden. Ich mag keine Freunde. Ich mag Menschen nicht. Ich bin ein Soziophobiker. Deswegen verprügel ich, Leute, einen Absolver. Was? Gebe dir. Oh, Radhüter. Ah. Zum ersten Mal. An Anwender nehme ich mich immer selbst unter ihren Masken. Wenn du ein interessantes Kampfdeck aufgebaut hast, solltest du damit deine Schule erstellen und deine Weisheiten teilen. Was machen wir? Jetzt ist es dafür allerdings noch zu früh. Mach erst bei Kampfübungen Fortschritte. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist. Und ich zeige dir, wie du ein Mentor wirst. Bis dahin arbeite ich an meinen Start tun. Okay. Eine Schabuwachenhose. Hier war ich doch schon, ey. Okay. Also hier komme ich nicht weiter. Ich merke es gerade. Ich gehe mal zur Karte hier unten. Es ist echt cool. Also das ist... Ich merke gerade... Ja. Die Leute sind hier doch ganz freundlich. Also gut. Es ist halt noch mal ein Kampfspiel. Aber es hat halt was. Okay. Da hinten ist der nächste Gegner. Okay. Ich meine... Ich bin froh, dass es... Ähm... Also ich will jetzt nicht wirklich lästern, aber die schlimmsten Communities befinden sich ja bei gewissen... Ähm... Ja... Ein paar gewissen Spielen. Da hat man sich doch nochmal zusammengerottet. Ähm... Ja. Aber die Guten halten zum Glück zusammen. Also gerade Absolver... Äh... Absolver ist ja jetzt nicht das Überfliegerspiel. Ich bin zu langsam. Muss ein bisschen mehr abwarten, merke ich gerade. Ausdauer. Ach, ich blocke die ganze Zeit. Deswegen lädt die Ausdauer nicht. Ah... Ach so. PvP. Jetzt. Aber. Nein. Nein. Jetzt aber. Puh. Also... Hier komme ich sicherlich nicht zum Endgegner. Ähm... Hm. Geht das vielleicht hier lang? Ah ne. Hier bin ich ja runtergesprungen vorhin. Braucht da jemand meine Hilfe? Ich bin jetzt nicht zum Endgegner. Oh, sorry. Sorry. Sorry, 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 ich will hier niemanden hauen. Von mir aus können die sich gerne prügeln. Okay, komm her. Oh, komm. Block loslassen. Ja, langsam geht's. Okay. Sehr schön. Ähm, okay. Nein. Wenigstens sind beide tot. Boah, ich muss mich echt erst einspielen, alter. So, dann gucken wir mal hier lang. Meine Güte. Ach, guck mal da. Gut'n Dach. Danke. Nein, nein. Benimm dich. Nein. Hat aufgehalten. Sehr gut. Ja, nein. Ja, jetzt fang ich langsam. Wow. Huh. Es geht langsam. Ich muss mich erst wieder einfinden hier. Nein. Ich war zu, zu überheblich. Aua, aua. Lass das sein. Nein, nein. Na, komm her. Ah. Schön. Endlich. Endlich kriege ich so Kombos für eine, die ich möchte. Ha. Ach, guck mal da. Oh nein. Ich fühle mich gleich wie im richtigen. Na, Fug. Ich bin manchmal zu unvorsichtig. Ah. Sehr schön. Ah, da hat sie ausgewichen. Sehr schön. Hat sie sich einen Spaß erlaubt mit mir? Na, komm her. Ist nicht mehr weit entfernt. Man kommt so langsam dahinter. Ja, ich freue mich schon, wenn ich mal ein bisschen weiter bin. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ey, ich finde mich hier gar nicht zurecht. Ich glaube, ich laufe einfach in eine komplett falsche Richtung gerade. Ich guck mal hier. Ah, guten Tag. Na, komm her. Greif mich als erstes an. Da war ich wohl ein bisschen zu über-vorsichtig. Oder eben nicht. Ha. Komm nochmal. Krasse. Ha. Also ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so Spaß macht. Also es ist wirklich alles cool. Sehr gut. Also, ohne Flux jetzt. Also klar, für 30 Euro Content ist das halt noch so ein bisschen... Ah. Aber... Habe ich das jetzt mitgenommen? Ja. Aber es ist schon... Ist schon was cooles, das Spiel. Muss man schon sagen. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Ich habe keine Ahnung. Und es sieht besser aus, als da hinten. Nicht, dass ich gleich wieder bei dieser Ruine bin. Ja, jetzt bin ich wieder beim Kolosseum. Och, Mensch. Ach. Jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Wobei ich die Strecken gar nicht mal so lange finde. Also... Die sind echt nicht lang. Ich meine, es ist ja letztendlich kein Skyrim oder sowas. Aber... Okay. Also den hier. Den Freund kennen wir ja schon. Okay. Ich schaue mal kurz auf die Map. Also... Ich frage, ist jetzt wo Norden, Osten, Süden, Westen ist? Also... Wenn ich mich jetzt da hinbewege... Hm... Ich kann mir vorstellen, ich muss halt die ganze Zeit in diese Richtung von diesem blöden Turm da. Aber... Ah, hier ist gleich wieder jemand. Okay. Na, jetzt hat der Gute mal geblockt. Na, da komm her. Dann kriegst du halt den... Den... Nein. Oha. Komm, 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 komm. Nein. Jetzt aber. Nein. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt aber. Oha. Oha. Echt lang gedauert. Ihr könnt euch alleine klappen. Viel Spaß. Geht's hier weiter? Ach, Künos. Ich finde den Weg nicht. Ich laufe jetzt mal ganz hoch. Hier oben ist eine Brücke. Okay. Okay.